Hallo Leute! Das sieht so geil aus. Ich finde generell die Straßen in Korea so schön, Leute. Ich finde das so nice, es ist so ein Vibe hier immer. Guten Morgen, liebe Leute! Es ist kalt, es ist kalt, es ist kalt. Es ist sehr, sehr kalt. Leute, wir haben gerade so geile Fotos gemacht, ihr glaubt es nicht. Es ist kalt, es ist kalt. Es ist kalt. Ey, ich glaube ich poste die heute noch. Ich glaube ich auch. Aber das Ding ist, die sehen immer so stark bearbeitet aus. Egal, das ist normal in Korea. Wir müssen es anpassen. Aber ich für mein deutsches Instagram. Es ist nicht mal gut bearbeitet. Es ist so bearbeitet, dass man sieht, dass es bearbeitet ist. Meili ist kalt. Es ist kalt. Es geht halt in die richtige Richtung. Wir wollen jetzt Baskin Robbins. Es sollte gleich hier irgendwo sein, links rum oder wie. Oh Mann, warum hab ich jetzt meinen neuen Schuh angezogen? Oh Gott. Daniel hat sich neue Schuhe gekauft und die sind echt cute. Ich hab irgendwas von Olive Young gebraucht. Was war das nochmal? Lip Balm. Aber hast du ja jetzt. Ja, aber... Oder willst du trotzdem was holen? Ich will was holen. Aber ich weiß nicht mehr, was ich holen soll. Ich hab mir das mal hatten. Okay. Leute, wir gehen jetzt kurz in Olive Young rein. Hast du mal dieses Dings ausprobiert? Ähm... Waschgel hier. Ist es gut? Das ist so gut. Du machst das und danach fühlt sich deine Haut so an wie so... Als wenn man ein Fenster... Kennst du was, wenn man das so tschuk 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 macht? Das fühlt sich so an. Kann ich da noch was reinstecken? Was? Weißt du was das ist? Ja, Dani. Oh mein Gott. Hallo. Twitch-freundlich bitte. Hä? Egal, das ist natural. Ich hab gefragt, ob ich das auf deinen Finger draufsetzen darf. Achso, ja. Ich liebe den Tanz dazu, wie die den machen. Ich will ja ein Giveaway machen für meine Community und ich weiß nicht, was ich holen soll. Vielleicht kann man ja zusammen was aussuchen. Leute, was sagt ihr? Was soll ich holen? Was für ein Giveaway kann ich machen? Ich glaube... Warte, ich nehme mal eine Tüte mit. Ich glaube, ich werde so drei Packages machen. Für dann... Wir werden halt drei Leute. Und für alle halt dasselbe, oder? Würde ich sagen. Ich würde sagen, ein bisschen Make-up und ein bisschen Skincare. Ich mach so meine Favorites einfach rein. Diese Pimpel-Patches sind zum Beispiel meine Favorites. Davon nehme ich dann drei für jeden jeweils ein. Das macht so Packages ein auf denen. Und dann vielleicht... Ein paar Masken, oder? Würde ich sagen. Vielleicht nehme ich diese für jeden jeweils. die immer so DM-Challenges machen. Leute, was sagt ihr? Soll ich das hier holen? Die... Das hier? Oder das hier dreimal jeweils? Das blaue sieht auch irgendwie cooler aus. Ganz ehrlich. Komm, das holen wir mal. Dreimal. Super. So. Und dann vielleicht noch... Irgendwas... Make-up. Würde ich sagen. Ich bin die ganze Zeit am überlegen, ob ich hier... Dings holen soll. Diese Mascara... Oder... Aigusai... Make-up. Das ist nicht schön. Aigusai... Das ist nicht so schön. 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 Hm... Vielleicht noch eine Lidschattenpalette. Ja, Leute. Gucken mal. Von welcher... Welche Marke ist am berühmtesten in Korea? Korean Beauty Lidschattenpalette. Sowas in der Art. Sowas in der Art. Das ist süß. Ne? So eine Verpackung. Only Olive Young. Oh, Leute. Guckt mal. Welche Farben findest du am schönsten? Blueberry Saubret oder Almond Vanilla? Okay. Das, das und das einmal. Ja? Ja. Okay. Das kann ich von allen eingeben. Tschüss, was dein Geld ausgeben. Danke. Ich hätte die eigentlich direkt verpacken lassen können hier, aber... Do you need paper back? Yes, please. Aber vielleicht nicht, weil... Ich musste ja ein Video machen, um zu zeigen. Okay, Leute. Ich hab jetzt nur für euch. Die ganze Sache endlich. So. Gucken wir mal, wo Beskin Rubens ist. Das ist auf der... Ja, um die Ecke. Genau. Eine Ewigkeit später. Ja. Es geht. Gott sei Dank. Okay, ich hol jetzt kurz schnell. Ich hab nur noch verstellen. Ja. Technische Probleme. Weil mein Internet grad sch*** ist. Ich hoffe, trete mal die jetzt verbunden. Äh, die haben eine Safe WLAN, oder? Nein, 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 nein. Egal. So, Leute. Es hat geklappt. Egal. Egal. Ich hab mir jetzt eigentlich wieder was zu essen gestellt, weil ich bin so umsat. Was nix ist, geht immer in Bräuchlein. Ich freu mich voll, das zu essen. Ich auch. Das sah so lecker aus, oder? Das sah zu geil. Leute, guck mal bitte, was wir für Bilder heute gemacht haben. Leute, guck mal. Einfach solche Bilder. Und das sieht so aus, als wenn ich auf einer Flughafentoilette. Geil, ne? Und wir haben auch zusammen ein Foto gemacht. Ich will das auch posten, voll posten. Ne? Na? Ja. Oh, blättig. Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Leute, schaut mal. Wie geil. Ich zeig euch das. Wir haben einfach von jeder Sorte so ein bisschen bekommen. Geil. Oh, ich hab grad mich mitgefilmt. Ja, auf jeden Fall unser Essen ist jetzt da. Yay! Ah! Ich hab mich eingeklemmt. Ja, ehrlich. Ah, wieder eingeklemmt. Das kannsteig. Es ist so gut, dass die auch mal Content drehen. Ja, nur für's halt bin ich die Einzige, die so crazy ist. Ja, lass probieren. Komm. Hat sie irgendwie gesagt, wir müssen die Katze ausmachen oder so? Hey, wir haben noch mal Erdbeeren. Wohl Erdbeeren. Wohl Erdbeeren. Ja, lass erstmal Banane nehmen. Hier. Wir decken jetzt die Banane. Wir decken jetzt die Banane. Wow, dann kannst du das hier so rein drücken. Wow, geil. Was ist das? Das schmeckt so schick. Das schmeckt so schick. Längere. Das schmeckt so. Ehrlich? Das schmeckt so schick. Schokolade. Schokolade, so. Das ist auch eine Schokolade. Das ist so schlechte Schokolade. Vielleicht dunkle Schokolade. Ich glaub an sich das ist echt gute Schokolade. Das schmeckt so. Aber ich hasse halt dunkle Schokolade. Ich freu mich, wird geiler. Das schmeckt so Leute. Mir war ich so gefreut. Eis. Das kann ich nicht. Eis. Auch rein dippen. Nein, das ist nicht zum rein dippen. Oh. Ich muss echt aber so essen. Danke. Oh, das ist sehr lecker. Wow, gemütlich. Alle kommen in die Tretel. Oh, Eis ist so lecker. Ich sprople mich auf die Waffel. Du kannst nochmal in alles Kass. Die Waffel ist nicht mal knackig, die ist falsch. Das Eis ist lecker. Ja? Die spielt da hoch. Mir ist so kalt. Und das war mit dem Bildungsrahmen. Ich steck hier so. Sorry Bri. Der hat sich direkt hier weggesetzt. Ich muss jetzt auf Facebook. Wer möchte, dass du meine Community weiter unternehmen kannst? Oder soll ich hier rausgehen? Wie du willst. Mega. Hey! Hey! Das ist so schlecht. Oha, war die Toilette so kalt? Ja. Ich musste ja meine Hände waschen. Noch mal kältes Wasser. Ja. Wollen wir rausgehen? Ja. Guck mal bitte, wie unser Eis aussieht, Leute. Komplett geschmolzen. Okay. Jetzt nehmen wir das einmal weg, Leute. Wo bringt man das hin? Was machen wir jetzt eigentlich? Was machen wir jetzt? Ja. Warte. Lass mal hier in Dukatisbeet einmal rumlaufen. Ja. Da sind schon leftige Menschen. Kann. Können wir gerne machen. Und vielleicht laufen wir dann auch mit einem Taisho vorbei oder so. Ja. Das Ding. Leute. Handschuhe sind in Korea überlebenswichtig. Sollen wir nach einem Daisho suchen? Nein, 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 nein. Jemand hat geschrieben, ich soll aufhören zu schreien oder so. Hä? Was für schreien? Gibt's hier einen Daisho? Ja. Ich denke schon. Lass mich mal eins raussuchen. Mit meinen Handschuhen, Alter. Das ist so schwer. Da. I. So. Äh, geradeaus. Okay. Einfach die ganze Zeit geradeaus laufen. Ja. Ich muss auch noch in einen Convenience-Version einen Akku holen. Ja. Ich glaube, ich brauche auch so einen. Aua, aua, aua. Solche Dings. Social-Media-Freaks. Oh. Da gibt's Streit auf der Straße. Die fahren hier auch wie verrückt, ne? In Korea. Ich glaube, wir müssen rüber, ja? Okay, dann müssen wir jetzt. Okay, wenn das beeinflusst. Wenn ich mich nicht irre. Komm, 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 komm. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Juhu. Alter, die fahren hier. Oh, Mann ey. Oh, die geht nicht laut. Ob das richtig war? Du brauchst echt einen Dings. Leute, guck mal, wie sie die Kamera die ganze Zeit bringt. Wir müssen ihr ein Dings versorgen. So ein Stück. Wie heißt das? Glaubst du, Muji hat auch so was? Was ist Muji? Bleib mal rein. Ja, lass mal rein. Wir sind so aufstrahl. Ja, komm. Das sieht hier aber ein bisschen nicht so aus, als würden die so was haben. Ja. Oder? Ah, obwohl. Guck mal oben. Was denkst du? Ne, oder? Obwohl, guck mal hier. Da geben sogar Essen hier und so. Das erinnert mich ein bisschen an Ikea hier gerade. Also Ikea Hamburg auf jeden Fall. Vielleicht bis hier war es. Ich hab das Gefühl, wenn ich bei Kai so einen selbst kaufen, dann ist das so Trash-Quantity. Aber das ist günstig und dann holen wir in der Station Montag. Nur für jetzt halt, weißt du? Lass uns kurz auf einem Bett sitzen. Ja. Nüge um zu betten. Oh, wie wacke ich. Ist das gemütlich? Ja, lass mich hier gucken. Entschuldigung. Darf man hier sitzen? Ja. Man soll doch die Betten testen, sonst wären wir hier, oder? Oh nein. Der Arbeiter hat uns gerade gesideit. Aber er hat nichts gesagt. Nö. Sollen wir nicht weitergehen? Ja, komm. Ich bin so fertig. Sollte aufhören, die ganze Zeit die komische Sachen zu machen. Sollte aufhören. Okay, lass uns gehen. Ich beginne. Wer hat mein Handy gesehen? Das ist so. Der zweite? Nee. Ist nicht drin, ne? Leute, wann hatte Dani ihr Handy? Hat sie es nicht oben eben? Meins ich nicht. Ich glaube nicht. Ich habe das letzte, glaube ich, auf der Toilette, als ich da... Baskin Rubins? Ja. Sollen wir da mal kurz hin? Oh mein Gott, Dani hat einfach ihr Handy verloren. Live. Nein. Meine Christe Angst ist einfach gerade so. Leute, Dani hat zwei... Handys. Lass mal kurz oben schauen, dann lass mal dazu. Okay. Ich hab mein Handy verloren. Cool. Handy mit einer blauen Hülle. Ja. Dann oben. Lass mal oben gucken. Die ganze Zeit verlierst du was, ne? Leute, du verlierst schon die ganze Zeit was. Ja, wenn die gucken... Nee, es ist da nicht. Wir werden das schon finden. Wer hat Dani das Handy geklaut? Hast du dich auf Klo liegen lassen? Ja, wahrscheinlich. Wo lang war Baskin Rubins? Hier lang. Ah ne, da lang. Auf der anderen Seite, glaub ich. Werden wir schon finden. Wir sind rüber zu der anderen Seite. Ja, glaub schon. Oder? War das drüben? Oh mein Gott. Ich bin gegen Stange gelaufen. Komm, lass hier rüber rennen. Wo ist Danis Handy? Wo ist Danis Handy? Also ich glaube, entweder liegt es noch auf der Toilette oder es wurde abgegeben. Da ist Baskin Rubins. Mal gucken. Oh Gott, die Toilette ist soweit. Ob das jemand abgegeben hat? Okay, Leute. Update. Ihr Handy lag einfach auf der Toilette. Wir haben ihr Handy gefunden, Leute. Wie fühlst du dich? Ich bin so erleichtert und froh. Ich hab schon so mental geschlossen. Ich war so, Dani, wenn du jetzt ernsthaft auch noch dein Handy verlassen. Also wirklich, das Ding ist, ich weiß nicht mal, warum ich dauernd so viele Sachen vergesse. Ich versuche immer an alles zu denken. Oh Mann, Dani. Nein, was? Ich meine, wenn das dauernd passiert, ich hab alles passiert, dass mir das auch die ganze Zeit weiter passiert. Am Ende vergesst du Menschen wie dich irgendwo. Ich stell dir vor, ich hab ein Kind und ich vergesse das irgendwo. Okay, Leute. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat mein YouTube-Video gefallen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich versuche jeden zweiten Tag live zu kommen. Deshalb folgt mir auf Twitch. Und ja. Tschüss.